Lästerei über Janine, Love Island Alessa wird bestraft Auch bei Love Island bleibt Baudershamming nicht ohne Konsequenzen. In der aktuellen Staffel hatte sich eine Kandidatin bisher nicht wirklich beliebt gemacht, Alessandra war nicht nur durch ihre Eifersucht wegen Fabi aufgefallen, sondern hatte auf Weiß über ihre Mitstreiterin Janine gelästert. Die Zuschauer wählten sie deshalb bereits aus der Show. Doch noch vor ihrem Exit bekam Alessa die Konsequenzen für ihre Gemeinheiten zu spüren. In der Folge am Dienstag erfährt Janine nämlich von den Spitzen ihrer Konkurrente. Die 27-Jährige kann es kaum fassen und sucht prompt das Gespräch, mit Fabi. Der wiederum spricht Alessa sauer darauf an, die ihre fiesen Worte wiederholt, ich sehe sie nicht mal als Konkurrenz, weil sie hat keinen guten Körper oder so. Und auch im Einzelgespräch mit Janine sieht sie ihren Fehler nicht ein. Doch es kommt noch dicker, denn das legendäre Tortenspiel steht an. Und dort rächt sich Janine an Alessa. Mit dem Satz wir sind Vorbilder hier und Bordes Hamming geht gar nicht klatscht sie ihre Mitstreiterin den Kuchen voller Schlagsahne mitten ins Gesicht. Ob Alessa sich die Worte zu Herzen nimmt, was meint ihr? Stimmt unten ab. Bis zum nächsten Mal. five Untertitelung des ZDF, 2020